Hinter diesen Mauern herrscht die Gewalt. Was wie ein Albtraum beginnt, wird zur Wirklichkeit. The House of Usher. Er will dich, du sollst ihm einen Erben gebären. Er ist der letzte der Uschers. Eine Familie, die jahrhundertelang nur schrecklich verbreitet hat. Nein, ich werde nie mit dir ins Bett gehen. Dann treiben wir es unter der Dusche. Hinter diesen Mauern herrschen Angst und Grauen. Ich könnte dir nie wehtun. Niemand kann sich den Uschers in den Weg stellen. Ich rieche diese Ratte genau an, Doktor. Sie hat seit Tagen nichts zu fressen bekommen. Sie ist fast wahnsinnig verhungert. Dem Horror in diesem Haus kann niemand entkommen. Wir haben ihn erst betäubt. Und dann wurde er lebendig begraben. Es wurde ein Pakt mit dem Teufel geschlossen. Eine Familie, die von dem Bösen beherrscht wird. The House of Usher von Edgar Allan Poe mit Oliver Reed und Donald Pleasant. The House of Usher.